Wir kommen zum letzten Impulsreferat und da dürfen wir Dr. Hans-Dietrich Reckraus aus seinem beruflichen Hintergrund mal zuhören. Die Frage lautet Kooperation mit Unternehmen. Jede Firma kann eigentlich Biodiversität fördern und warum sie das gemacht haben und wie sie das machen, werden wir jetzt hören und Herr Reckraus wird das etwas effizienter durchführen, weil wir hören ihn sowieso wieder am Podium, gerade im Nachhinein und dafür dürfen wir dann auch wieder etwas Network am Mittagessen. Also, vielen Dank, Herr Reckraus und ich bin gespannt, warum sind wir heute hier eigentlich. Ja, guten Tag, verehrte Damen und Herren. Gerade ich darf Ihnen darüber berichten, was Unternehmen, was die Wirtschaft für Biodiversität tun kann. Gerade ich, der seit über 25 Jahren ein Unternehmen führt, das sich mit der Beseitigung von Insekten beschäftigt. Und ich sage es wirklich ungern, ich produziere Insekten-Tötungsprodukte, jeden Tag viele Tausende. Aber bitte, bitte geben Sie mir eine Chance. Was kann die Wirtschaft für Biodiversität leisten? Die Wirtschaft hat sehr viele Gestaltungsfelder, die Gestaltungsfelder sind artenreich, sie sind Vielfalt. Aber bitte lassen Sie mich heute Mittag konzentrieren auf das Geschäftsmodell, auf die Mitarbeiter und auf Gebäude und Flächen. Das Geschäftsmodell, sehen Sie hier, überstrahlt alles und das Geschäftsmodell, das sind die Produkte und Dienstleistungen, die ein Unternehmen hervorbringt. Und ich denke, da ist der allergrößte Hebel, denn es sind die Produkte und Dienstleistungen, die uns Industrie und Handel jeden Tag anbieten und die eben die Umwelt am allermeisten zerstören. Industrie und Handel generieren uns Bedürfnisse, die völlig unnötig sind und uns auf Kosten der Umwelt diese Erde einfach belasten. Der ökologische Fußabdruck der Schweiz liegt bei 2,8, wir verbrauchen also mehr als 1,8 mal mehr erden, als uns überhaupt zusteht und wir lassen uns hier jeden Tag auf ein gigantisches Experiment ein, von dem wir heute wissen, dass es scheitern wird und die Wirtschaft ist dort ganz dominant und verantwortungsvoll, müsste sie umschwenken und da zentral steht einfach das Geschäftsmodell im Zentrum, da muss die Wirtschaft zeigen, was sie kann. Dann kommen die Mitarbeiter, nichts geht ohne Mitarbeiter und ich denke, die Unternehmen haben die Verantwortung, die Mitarbeiter für Nachhaltigkeit zu sensibilisieren und sie auf der Reise für mehr Nachhaltigkeit mitzunehmen und sie zu Mitgestaltern zu machen. Und schließlich, das ist der kleinste Kreis, gibt es natürlich Gebäude und Flächen, die wir heute sehr einfach für die Biodiversität nutzen können. Um ganz konkret zu werden, möchte ich Ihnen diesen Dreiklang an meinem eigenen Unternehmen präsentieren, das heißt, ich möchte Ihnen zeigen, was wir in den letzten sieben Jahren gemacht haben. Ja, wie ich schon sagte, ich bin Biozid-Hersteller, das sind Insektenbekämpfungsprodukte für den privaten Gebrauch im Haushalt, Insektensprays, Mottenpapier, Ameisen, Köderdosen, all das, was sie brauchen, um diese unnützigen Eindringlinge zurückzudringen und das machen wir seit über 60 Jahren, ich führe das Unternehmen in zweiter Generation. Was ist passiert? Warum macht mir das nicht wirklich mehr Spaß? Ich bin 2011, also vor acht Jahren, auf die Idee gekommen, eine insektizidfreie Fliegenfalle zu entwickeln, die ist wirklich toll und ich wollte die ganz groß machen und habe, weil wir keine Werbemillionen haben, wir sind KMU, wir haben 60 Mitarbeiter, habe ich die Kunst angefragt, mir eine Vermarktungsidee zu präsentieren für meine Fliegenfälle. Und die Künstler, das sind die beiden Aktionskünstler, Frank und Patrick Ricke aus St. Gallen, sie sollten mir eine Kunstaktion bringen für meine tolle, tolle Fliegenfalle. Aber die beiden verweigerten den Dienst. Hans, hast du jemals über den Wert von Insekten nachgedacht? Ich dachte, wie sind die denn jetzt drauf? Meine Produkte sind gut, die sind modern, die sind auch insektizidfrei. Hans, wir haben lange über dein Produkt nachgedacht, dein Produkt ist einfach nur schlecht. Es tötet Fliegen und auch Fliegen sind wertvolle Tiere. Ich habe das nicht verstanden. Und überhaupt, du musst aufhören mit diesen Tötungsprodukten, du musst jetzt Rettungsprodukte machen, also wenn du tötest, musst du auch gleichzeitig retten. Aber es war für mich sehr skurril. Und eine Kunstaktion haben wir auch für dich. Wir haben festgestellt, dass Insekten kein Bewusstsein in der Gesellschaft haben, deswegen würden wir gerne mal ein Dorf mit dir aufsuchen und mit diesem Dorf über das ambivalente Verhältnis zwischen Mensch und Insekt diskutieren. Und am besten verbinden wir das gleich mit einer großen Fliegenrettungsaktion und schicken eine Fliege mit einer Lufthansa-Linienmaschine in die Wellnessferien, weil die auch Fliegen mal Wellness verdient haben. Es war völlig skurril. Ich habe das abends meiner Frau erzählt und die hat auch gesagt, Hans, das ist völlig verrückt. Das kannst du nicht machen. Aber diese Logik, dass wenn ich töte auf der einen Seite, dass ich dann auch retten muss, die habe ich sofort verstanden. Wenn ich eine Scheibe einschlage, dann muss ich mich auch darum kümmern, dass diese Scheibe wieder in Ordnung ist. Und meine Produkte haben Milliarden von Insekten auf dem Gewissen. Und deswegen fand ich diese Kunstidee, dieses Fliegen retten da irgendwo, das fand ich ganz gut. Und ich habe zwei Tage später dann die Künstler angerufen und habe gesagt, wir realisieren. Wir machen das. Ja, und dann haben wir monatelang mehrere Nachmittage im Kunstatelier gesessen und haben diese verrückte, nur vordergründig verrückte Kunstidee geplant und die beiden haben immer gesagt, und nicht vergessen, Hans, du musst diesen Schritt zwei gehen, du musst diese Rettung integrieren in dein Geschäftsmodell. Wie soll das gehen? Und die beiden sind weitergegangen. Sie haben gesagt, nimm doch einfach einen Geldbetrag pro Produkt und stecke diesen Geldbetrag in weitere Rettungsaktionen mit uns. Und in dem Moment habe ich gesagt, nein, nein, jetzt machen wir es konsequent. Nicht tausend Fliegen töten und zehn retten, so für das gute Gewissen, nein. Tausend Fliegen töten und tausend Fliegen retten. Wir legen jetzt insektenfreundliche Lebensräume an, um den ökologischen Verlust meiner Produkte zu kompensieren. Ich war total begeistert, gleich am nächsten Morgen habe ich meinen Biologen angerufen, der auch nicht schlecht staunte und dann haben wir mit mehreren Wissenschaftlern ein völlig einzigartiges Modell erarbeitet, wie wir tatsächlich errechnen können, wie viele und welche Insekten meine Produkte töten auf der einen Seite und wie wir insektenfreundliche Lebensräume anlegen müssen, um diesen ökologischen Verlust zu kompensieren. Kurz gefasst, wir haben die ersten ökoneutralen, in Anführungsstrichen, Biozide der Welt entwickelt. Die Künstler waren zufrieden, dass ich die Rettung in mein Geschäftsmodell integriert habe. Wir haben die Fliegen gerettet in Bielefeld-Deppendorf, das Dorf hat über 1000 Einwohner, 800 Menschen haben 902 Fliegen gerettet und wir haben tatsächlich eine Fliege in eine Lufthansa-Maschine gesetzt. Das Ganze war eine Kunstaktion, für mich war es ein modernes Abenteuer und ich erzähle gerne diese Geschichte, weil sie zeigt, was in der Gesellschaft möglich ist. Wenn wir uns respektvoll mit guten Inhalten begegnen, überlegen Sie sich bitte, dass 800 Menschen Fliegen gerettet haben mit uns im Jahre 2012. Das war fantastisch. Ja, und dann konnte ich endlich mal Luft holen und mich mal ausruhen von diesen ganzen aufregenden Dingen. Ich hatte keine Ahnung von Insekten, aber mich hatte natürlich das Thema gepackt, warum tust du das eigentlich hier? Und dann fing ich an zu lesen und kam darauf, dass Insekten extrem wichtig sind und in Insekten dramatisch zurückgehen. Das heißt aber auch, dass meine Kompensation nur das allerletzte Mittel sein kann. Also nicht kauf mehr, ich kompensiere ja schon für dich, sondern ich muss an einem neuen Verständnis für Biozide arbeiten. Das heißt, kaufe weniger und wenn überhaupt, dann insektizidfrei und mit ökologischer Kompensation. Den ersten Schritt, den ich gegangen bin, ich habe den ersten Warnhinweis für Biozide weltweit entwickelt und auf meine Produkte gedruckt. Es gibt kein Biozidprodukt von der Firma Reckhaus, wo nicht draufsteht, tötet wertvolle Insekten. Also diese erste Stufe der Sensibilisierung, ganz wichtig. Moment, ich muss meine Stimme ölen. Aber Sensibilisierung, das ist ja nur so, mit dem Zeigefinger, du machst was Schlechtes. Wir müssen auch unterstützend wirken und deswegen hat jedes Produkt jede Menge Informationen über Insekten auf dem Produkt draufgeschrieben, oben drüber steht, bei meinen ganzen Produkten ohne Insekten überleben wir Menschen nur wenige Monate, ist ja dieser Spruch von Edward Wilson, Insekten sind wichtig, Insekten gehen dramatisch zurück. Sie bekommen ein richtig schlechtes Gewissen, wenn Sie eines meiner Produkte kaufen. Aber das reicht ja nicht. Zentral sind Hinweise zur Befallsprävention, denn Ziel ist ja, dass in Zukunft weniger Bekämpfungsprodukte auf den Markt kommen. Natürlich fragt man sich da, wovon will der Herr Reckhaus leben in den nächsten Jahren. Ich habe dann das Gütesiegel Insekt Respekt gegründet und dieses Gütesiegel gebe ich an Handelsbetriebe und an Industrieunternehmen, also konkret an meine Konkurrenten. Die sollen mir mitteilen, wie viele und welche Biozide sie verkaufen wollen. Ich errechne den ökologischen Schaden und lege insektenfreundliche Lebensräume für sie an. Wunderbare insektenfreundliche Lebensräume mit standortspezifischen Blühpflanzen, mit Totholzhaufen, mit Steinhaufen, mit Sandlinsen, echte Insektenparadiese und das hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich am liebsten nur noch davon leben würde. Sie merken, hier dreht sich das Geschäftsmodell vom Biozidanbieter hin zum Landschaftsgärtner. Auf diesem Weg sind wir, wir sind mitten in dieser Transformation. Sie sehen, Veränderung eines Geschäftsmodells ist möglich. Ich komme zu den Mitarbeitern, weil ich muss und möchte meine Mitarbeiter mitnehmen, sonst geht es ja nicht und meine Mitarbeiter waren natürlich 2012 vor den Kopf gestoßen. Also mittlerweile, ich bin stolz auf meine Mitarbeiter und ich mag meine Mitarbeiter und ich habe auch zu 100% verstanden, dass ich 60 Mitarbeiter gegen mich hatte. Glücklicherweise hatte ich noch einen Firmenschluss, sonst wäre ich mir gar nicht mehr reingekommen. Heute ziehen meine Mitarbeiter natürlich komplett mit und ich möchte meine Mitarbeiter für Nachhaltigkeit sensibilisieren. Ich möchte sie zu Mitgestaltern machen und was haben wir alles gemacht in den letzten Jahren? Wir haben natürlich eine Menge insektenfreundliche Lebensräume angelegt. Diese insektenfreundlichen Lebensräume werden mit den Mitarbeitern gemacht. Ich richte also Mitmachbaustellen ein und wenn diese Flächen fertig sind, dann bieten wir Führungen an von Entomologen, von Landschaftsgärtnern über unsere Flächen, um wirklich auch zu erklären, was wir dort machen. Wir halten oder ich halte Vorträge mit meiner Mannschaft vor anderen, aber eben auch mit meiner Mannschaft, mache Buchlesungen, Künstler habe ich schon mehrfach eingeladen, in die Firma über ihre Kunst zu reden, um über Fliegen retten zu reden. Dann haben wir ein museales Ausstellungskonzept erarbeitet über den Wert und die Bedrohung von Insekten, das haben meine Mitarbeiter gemacht und dieses Konzept haben wir schon mehrfach in Museen ausgestellt, aufgebaut von meinen Mitarbeitern. Und hier sehen Sie auch Veranstaltungen, Tag der Insekten, ich habe 2015, war ich so fasziniert von dieser Insektenwelt, aber total frustriert von dem Rückgang der Insekten, dass ich gesagt habe, wir müssen handeln und ich hatte mir als Biozidanbieter tatsächlich in den Kopf gesetzt, ich möchte NGOs, Wissenschaftler, Politiker, die Wirtschaft und die Zivilgesellschaft zusammenbringen, einen Tisch, wir brauchen eine ganz große Kraftanstrengung. Ich hatte 400 Adressen in Deutschland, habe 400 Leute angeschrieben, das heißt, es haben auch meine Mitarbeiter gemacht. Wie viele sind gekommen? Zum ersten, damals hieß es noch, runder Tisch für Insekten, sechs. Und ich habe meine Mitarbeiter verstanden, meine Mitarbeiter haben gesagt, ja sehen Sie, Rekos, es geht doch nicht. Das können Sie doch nicht machen, jetzt diese sechs, die können wir abschreiben, aber Sie können nicht diese Veranstaltung durchziehen. Und da waren Sie wieder hinten gegen mich. Und er hat gesagt, nein, ich möchte, dass daraus eine Tradition entsteht. Und das war der Ursprung des Tags der Insekten. Wir haben sechs Leute gehabt, die begeistert sind, mit denen wir heute ein ganz starkes Netzwerk haben, die sich alle extrem einsetzen für Biodiversität und für unsere Tagung. Im zweiten Jahr hatte ich ein Museum gewonnen, mit dem ich den Tag der Insekten machen konnte. Da waren wir 80. Mittlerweile sind wir aus Bielefeld raus, nach Berlin, weil wir da an die Politik rankommen. Und da hatten wir schon über 300 Teilnehmer. Und ich bin sehr, sehr dankbar, der Ann Walter, sie hat das hier in der Schweiz ins Rollen gebracht und ich bin sehr dankbar, Herrn Müller von Börtler, von der ganzen Organisation. Wir brauchen Kooperationen, um so etwas Großes, Ganzes möglich zu machen. Und wieder zu meinen Mitarbeitern. Da ist natürlich eine Menge, Menge im Vorfeld, was gearbeitet wird. Ja, und das machen die Mitarbeiter und sind hier heute, sind auch etliche Mitarbeiter da. Ganz vielen Dank an euch, dass ihr das so möglich macht und hier mitzieht. Dankeschön. Ich komme schon zum letzten Gebäude und Flächen. Die meisten Unternehmen haben Gebäude und Flächen, die kann man natürlich wunderbar nutzen. Ein Beispiel von unserem Schweizer Geschäftssitz. Da sehen Sie ein Flachdach. Also ich kann ja Flachdächer. Meine Frau leidet immer drunter, wenn wir irgendwo durch die Gegend fahren. Sie müssen mal gucken, wie viele Flachdächer nicht begrünt sind. Es ist ja verrückt. So sah unser Flachdach 2014 aus und so sah es schon ein Jahr später aus, ein Insektenparadies. Und in Bielefeld an unserem Stammsitz, ich habe die Mitarbeiter schon so sehr strapaziert heute, da bin ich auch nicht auf Zuneigung gestoßen. Hier sehen Sie, das ist kein tolles Foto, aber das sind Parkplätze, da stehen jetzt keine Autos drauf. Ich möchte ja auch keine Parkplätze mehr haben. Ich fördere den öffentlichen Verkehr. Ich fördere mit Fahrgemeinschaften bei meinen Mitarbeitern. Man kann auch mal das Velo nehmen, man kann auch mal zu Fuß gehen. Parkplätze bei der Firma Rekhaus in Bielefeld, wie sehen die heute aus? Genau. Insektenfreundliche Lebensräume. Man kann ja Parkplätze auch zurückbauen. Und da kann man einfach sehr schön sehen, was kann die Wirtschaft leisten. Mit einfachen Mitteln können wir hier sehr viel für die Biodiversität bringen. Ich komme schon zum Schluss. In den letzten zwei Jahren ist jetzt etwas passiert, mit dem ich überhaupt nicht gerechnet habe. Wildfremde Unternehmen kommen auf mich zu, die mit Insektenbekämpfung überhaupt nichts zu tun haben. Und sagen, Herr Rekhaus, wir haben das verstanden, dass wir vor unserer Firma so einen grünen Rasen haben, der kostet uns viel Geld und irgendwie ist das eine ökologische Wüste. Können Sie uns da nicht Insektenparadies bauen? Ich bin zurzeit in 20 Baustellen. Ich habe jede Woche eine Anfrage von Unternehmen in der Schweiz, aber auch in Deutschland, um Flächen zu bauen, auch für große Firmen wie Rittersport oder Heidelberg Zement. Und ich arbeite mit externen Landschaftsgärtnern zusammen. Und jetzt können Sie sich vorstellen, was ich jetzt vorhabe, was der nächste Schritt ist. Ich möchte tatsächlich dieses ganze Unternehmen zu einem Landschaftsgartenbaubetrieb umwandeln. Und der neueste Clou, und wir haben das noch nicht in der Öffentlichkeit gesagt, wir arbeiten an einem Franchise-Konzept. Weil es uns alles viel zu langsam geht. Nicht nur wir wollen insektenfreundliche Lebensräume bauen, sondern wir wollen Landschaftsgärtnern Know-how von Insekten geben, über das Zusammenspiel zwischen Pflanzen und Insekten, und wir wollen ihnen ermöglichen, Insektrespekt, insektenfreundliche Lebensräume zu bauen. Und die ersten Schulungen werden im Februar nächsten Jahre stattfinden, so dass wir schnell das multiplizieren können und so die Transformation der Wirtschaft möglich ist. Bei mir ist es die Transformation vom Insektizidhersteller zum nachhaltigen Dienstleister. Und ich bin fest davon überzeugt, dass jedes Unternehmen, jedes Unternehmen sehr viel für die Biodiversität tun kann. Ganz vielen Dank, dass Sie hier den Tag heute begleiten. Ganz vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Dankeschön. Vielen Dank.